Wir sind hier und wir bleiben hier. Das wird uns nicht passieren. Das wird uns nicht passieren. Ich möchte einen kleinen Beitrag euch erzählen von Jungs ohne Grenzen, von uns, zu dem Thema Fluchtursachen. Ihr wisst, sehr viele Menschen kommen nach Deutschland. Natürlich nicht, weil das Wetter hier so schön ist. Es gibt sehr viele Gründe, warum Menschen nach Deutschland kommen. Viele wisst ihr schon. Das sind zum Beispiel Kriege. Das sind zum Beispiel Konflikte um Ressourcen. Aber das sind auch Konflikte, weil es auf der ganzen Welt Verteilungsungerechtigkeit gibt. Das heißt, es gibt sehr viele Ressourcen auf dieser Welt, aber die sind sehr ungerecht verteilt. Obwohl die Weltwirtschaft in den letzten 60 Jahren um das Siebenfache angestiegen ist. Wir sind siebenmal reicher als vor 60 Jahren. Trotzdem ist es so, dass sehr viele Menschen auf der Welt sehr arm sind. Die Hälfte der Erdbevölkerung verdient immer noch viel weniger als 400 Familien, als die 400 reichsten Familien auf der Welt. Das heißt, sehr viele Menschen sind sehr reich und sie nehmen in Kauf, dass sehr viele Menschen dafür sterben werden. Zum Beispiel im Kongo, wenn dort Milliarden verdient werden. Diese Milliarden bleiben bei wenigen Menschen und der Großteil der Menschen vor Ort muss sterben und muss hungrig sterben. Sehr viele Schiffe zum Beispiel aus der Europäischen Union, wir gehen ja in den Supermarkt und kaufen dort Fischstäbchen und so weiter. Sehr viele Schiffe der Europäischen Union stellen sich in Westafrika, die fischen dort die Meere leer. Das heißt, die Menschen, die Fischer vor Ort, die haben keine Möglichkeiten mehr. Die sind dann gezwungen, in die Europäische Union zu kommen, auf ganz vielen Wegen. Die nehmen das sogar in Kauf, dass sie auf dem Weg umgebracht werden. Die nehmen das in Kauf, dass sie auf diesem Weg vielleicht ertrinken und trotzdem machen sie sich auf den Weg zu Europa, um in dieses Paradies zu kommen. Das ist für sehr viele nicht nachvollziehbar, aber im Vergleich zu sehr vielen Ländern, die ausgebeutet werden, ist das hier das Paradies. Das muss man sich mal vorstellen. Wir leben hier im Paradies. Und ein sehr, sehr großer Wert ist für uns natürlich im Westen diese Bewegungsfreiheit. Wenn ich hier keine Lust mehr habe, in Deutschland zu leben, dann kann ich einfach meinen Koffer einpacken und irgendwo in den Süden fahren. Ich kann nach Thailand fliegen. Ich kann nach Afrika fliegen. Ich kann überall hinfliegen. Ich kann mich dort neu orientieren. Ich kann dort eine Arbeit führen und so weiter. Ich darf mich überall auf der Welt bewegen. Ganz im Gegenteil, wenn ich das mache, dann bezeichnen mich die Menschen als mutig, als risikohaft, als ein sehr guter Mensch. Aber wenn Menschen aus Afrika zu uns kommen, weil sie sich hier ein besseres Leben erhoffen, weil sie keine Möglichkeit haben, dort zu leben, dann werden sie bezeichnet als Gauner, dann werden sie bezeichnet als Lügner, dann werden sie bezeichnet als Schmarotzer. Und das geht natürlich nicht. Das geht nicht. Natürlich will ich jetzt nicht nur die Probleme sagen. Wir haben auch Lösungsvorschläge. Es gibt sehr viele Lösungsvorschläge, aber keiner hört zu. Diese Welt ist sehr reich. Wir haben sehr viele Ressourcen. Aber natürlich können wir nicht so weiterleben, wie wir jetzt leben. Das heißt, der Westen und die Menschen im Westen müssen verstehen, wir müssen unseren Wohlstand reduzieren, damit das reicht für die ganze Welt. Wir müssen mit diesen Ressourcen auch verantwortungsvoll umgehen. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die auf dieser Welt leben, alle die gleichen Chancen haben. Und natürlich schaffen wir das von Jugendlichen ohne Grenzen nicht alleine. Deswegen hoffen wir, dass es weiterhin solche Aktionen gibt und dass viele Menschen sich daran beteiligen. Und ein Spruch stammt von uns von ganz, ganz früher. Seien wir realistisch und versuchen wir das Unmögliche. Das ist ein Spruch stammt von uns.